So, meine Damen und Herren, bevor das Video losgeht, eine kleine Vorinformation. Ich habe noch jetzt endlich Zeit gefunden, so ein bisschen Videomaterial aufzuarbeiten. Und hier haben wir tatsächlich jetzt einige Raft-Videos, die jetzt kommen werden. Immer wieder mal, so sporadisch. Die haben wir im Januar aufgezeichnet. Also bitte denkt jetzt nichts Falsches, nur weil das heißt irgendwie, frohes Neues und so weiter. Wir haben das ziemlich am Anfang vom Januar dieses Jahres aufgenommen. Und ja, jetzt wird es ein bisschen verarbeitet. Deswegen viel Spaß beim Raft-Video. Lasst gerne ein Daumchen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und ja, viel Spaß mit der Chaos-Truppe. Ja, warte, warte. Dann hol dir welcher. Er ist schon wieder alles weggeschnappt, Alter. Wer hat eigentlich diesen Forschungstausch jetzt hingestellt? Entschuldigung. Ich kann dir Plaster anbieten. Und ein Palmenblatt. Ein Palmenblatt. Sieben Stück. Wie kann ich denn den Boden rausreißen? Ich kann den nicht setzen hier. Können wir den mit der Axt abbauen? Äh, ja. Mit der Axt. Ich habe keine Axt. Ja, Diagi. Ja, Diagi. Käpt'n. Ja, an der Nase. Achtung. Und da kommt ein Boot. Dankeschön. Hier ist eine Metalllast. Hier ist die aufgesammelt. Sehr gut. Wir stehen hier schon wieder neben mir. Schweizer. Ich weiß nicht, ob ich die abbauen kann ohne Probleme. Ich versuche es einfach mal. Müssen wir neu bauen. Halten wir Kurs auf das Bötchen? Ja. Gut. Kannst du den hier weggenommen? Genau. Ich fische bloß. Halbenkletter. Ey. Senzu. Das wollte ich haben. Das war denn. Da, Party. Was denn? Beikommt. Beikommt. Au. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt? Hat wieder Aua am Rücken gemacht. Ist halt ein Pechchen gefunden. Oh, Baby. Da war das Bonus gerade gerammt, oder was? Äh. Ich hab ein Schuh. Du hast. Machst du die Dinger noch weg hier? Ja, ne? Ja. Aber ich weiß noch nicht vorhin. War schon jemand auf dem Boot? Ja, geh bestimmt. Ja. Ja, geh war da, ja. Na, wer sonst? Warum frage ich eigentlich? Da kommt Bücher. Alter, da kommt richtig viel Zeug. Da wird empfohlen, noch ein Schutzschild, um einmal raussen rumzubauen. Gibt's was stabileres, wie dieses Holzzeug? Bei Holzzeug. Warum hab ich gewusst, dass sowas jetzt kommt? Es ist ja Schweizer. Was erwartest du? Ja, tatsächlich war die Aussage auch gar nicht so doof. Nee. Stimmt. Hier, wir werden angeknabbert. Ja, dann mach ich doch kaputt. Ja, ich bin ins Wasser geflutscht. Nein, au. Alter. Ja, wieder an der Stelle. Ja, okay. Ich werde Vorkehrungen treffen. Gib mir Plankenmänner, dann mach ich das. So, bitte. Immerher damit. Ich stehe hier. Ich bin gar nicht gesprungen. Wer knuspert hier einweg? Baki? Hallo. Bitteschön. Haben wir vielleicht noch was zu essen? Nein. Warum bist du jetzt so? Weiß ich auch nicht. Moment. Das billiger? Ah, das ist billiger. Dann machen wir das billigere außenrum. Wo ist man noch? Bin ich getroffen. Geh weg. Alter. Was machst du denn? Dich mit einem Stein bewerben. Haben wir nichts mehr zu essen da? Weiß es nicht. Du bist umrund oder am Kisten. Da ist sowas drin oder sein. Na dann esse ich halt Mango. Gesund. Gut für die Linie. Das wird auch gleich den Wasserhaushalt auf. Also knuspern sie hier. Kann man immer zwei Kunststoff abgeben? Ich möchte mal gerne mal einen Haken bauen. Ja, kann ich machen. Warte. Ja. Ja. Wo bist du? Alles gut. Dann nicht. Dann behalte ich mein Kunststoff für mich. Wir hängen mein Kunststoff. Ach ja, oder brauchen wir Eisendinger dafür, ne? Alter Schwede. Ob mein Haken gerade kaputt gegangen ist. Schönes Ding. Hast du Kunststoff? Ja, einen. Ja. Sehr schön. Da steht nicht hier noch. Ja, wir sind mittlerweile zu 6 auf dem Boot. Das muss man jetzt auch mal so sagen, ne? Ein bisschen eng hier. Ich brauche noch ein paar Planken. Ja. Habe ich zwei. Bist du, bist du? Am Grill. Am Grill. Wo ist es? Ja. Girl? Insel voraus. Captain Schwizero hat gesprochen. Steuermann, sonst gar nix. Eine größere Insel. Ja, sieht gut aus. Hat mir Schweizer nicht zum Käpt'n erklärt? Ja, da war ja Essen. Ach so. Richtig. Deine fiesra kleine Pizza gab es. Voll geil. Das war aber eher aus wie Racklepp, was du da gefordert hast. Ja, Mini-Pizza von Rackleppen. Oh je. Schweizer sind irgendwie komisch. Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Jögi hat die Angel ausgeworfen. Wir haben ja keine Heimat zu Besucher, täuscht mich das jetzt. Ja, Gott sei Dank. Doch, hier ist er. Du weißt doch, wo ich bin, ist er nicht weit weg. Hm. Ich habe keinen Stock mehr, fällt mir gerade auf. Da musst du dir einschnitzen. Ausleger mit Netzen bauen. Oh jo. Da ist noch mal ein Boot. Ich habe ja noch so ein Boot. Hm. Irgendwas kaut da irgendwo. Nein. Da insel. Äh. Kann man den Werner fischen? Oh nee. Wir müssen das lieber treiben. Insel. Oh, Kokosnüschen. das müsst ihr machen hier die 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 mangos hier hinter der insel fisch immer an damit da koch ist gar nicht aufk ende was er koch gekocht bestimmt also verboten ziemlich geil aus mir sagen nicht so für den anfang macht was er ja ich habe dorst wollen wir gleich einmal um die insel rum fahren weil hier liegt so viel im wasser und eigentlich einmal mitnehmen schon mal klar hat mich wieder angeknappert am leuchter dank der fahrer dankeschön für den gibt es ab an den chris vielen vielen dank t3 dankeschön wo ist denn unser wasser vorrat dahinten wo dahinten ach da habt ihr umgebaut ja du warst dabei welchen glimmer welchen glimmer meint ihr denn wahrscheinlich algen alter ich bin der tod kann mich da jemand holen warum ich bin da ist gut hat mich ja es ist glimmer ist da und jede menge eisen ist unten altmetall ist und ich wünsche nur das beste ja ich hier immer in die rote küste sein habe hunger aber hunger 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 moment hat ihn nicht ja da ist ja auch gegarte fisch drin da hat er nichts von verloren an aber bekommen diese richtigen lachs in der hand das gut ist immer in der holzkiste ob das ein hallo hallo ich habe hunger gibt nix alles aus verkauf so ein kleines makrelchen dass ich mir schon mal schmeckt sie euch von oben angeflossen geschwommen ach so du meinst das ist einfach die wasserbelone liegen weißt du das wie es uns gut gehen würde und wenn ich noch mal drum herum schwimmen ja dann mach doch er hebt den anker anker licht warte mal tue ich das mit dem wasser gemacht warum dann haben wir es alle getrunken wenn man knuspert hier schon wieder rum mal da ich suche ihn ja schon den idioten ja gewisse nicht die segel parallel ausrichten oder willst du die front oder sex separat lenken ich frage nur so aber du bist runtergefallen den seetank soll man noch holen warte anker 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 wir brauchen den seetank noch wo ist der anker das hier ist das nicht genau wird wie lange geknabbert jetzt bin ich gleich reparieren warum daher hat mich geauert ich bin hier das hätte mich ja hinter der aber perfekt dafür brauchen wir den seetank jetzt habe ich schon wieder ein stein in der hand was habt ihr mit dem anker gemacht warum jetzt ohne das ist unten wird immer hoch machen hat es kurz auch gemacht ja ich habe zwölf stück kommen ja was brauchst du denn musste wieder rufen befreuen oder was na ja klar so zwei kinder haben ja alle hunger